Guten Morgen, ich freue mich jetzt heute hier sprechen zu können und ich möchte mich auch vor allem für die Einladung bedanken, ganz herzlich und auch kurz mal ein Licht draufwerfen auf dieses Interreligiöse, Interreligiöse Begegnung bei Meister Eckert und Sie auch einladen, vielleicht in diesem Geist gleich hier den Vortrag zu fangen. Interreligiöser Dialog heißt in der Bibel den Anderen, das Andere, aber auch uns selber verstehen zu machen. Dialog bedeutet, sich in den Anderen hinein zu versetzen, als ihn fortargumentativ und nach Kategorien und Argumenten abzuchecken. Wenn wir in der politischen Debatte wären, natürlich würde ich entsprechen, wenn wir den politischen Gegner natürlich sofort checken, wo sind Schwächen, wo sind Widersprüche, aber im Dialog ist es eine Begegnung des Verstehens, des Hörens. Und damit sind wir schon ganz, ganz nah bei Meister Eckert, ich könnte mir vorstellen, dass damals die Zuhörer, Meister Eckert, die Zuhörerinnen, die Nonnen in dieser Weise gezuhört haben, nicht, ich könnte sagen, katholisch, fundamental, sondern offen. Weil er da was vermittelt, was ja den Verstand und das normale Verstehen die Begriffe übersteigt. Das war ja auch sein Problem. Er schuf neue Begriffe, Gottheit, um Gott zu transformieren, zu transzendieren, etwas größer und noch größer, als das, was wir unter dem Begriff Gott fassen. Und in diesem Sinne verstehe ich auch hier die Veranstaltung, dass wir hier aus verschiedenen Perspektiven ein Licht werfen, auf einen großen Geist, der 700 Jahre vor uns gewirkt hat und auch heute überraschend aktuell ist und uns heute noch Dinge sagen, die wir immer noch nicht wirklich verstehen und versuchen zu verstehen. Ja, also in diesem, wenn bitte ich Sie zu folgen und vielleicht noch so ein Bild von Glesmann-Rosche, der Ende der unserer Zeit mitnehme, die einmal auf einen Vortrag sagte, wir tragen alle so Köcher mit uns auf dem Rücken, so Köcher mit Pfeilen. Und in diesen Köchern, da sind wir unsere Weisheiten, unser Wissen gespeichert. Und immer wenn wir um den Begriffen und Worte, dann ziehen wir so ein Pfeil und können dann sofort abschießen. Zack, ergriffen, getroffen. Und das führt manchmal zu Missverständen. Manchmal schießen wir zu schnell oder vielleicht das falsche Ziel. Und das Ideal, das ist so, das Kind zu hören, als hätte ich gar keine Ahnung. Als würde ich zum ersten Mal überhaupt zu lernen über ein Thema wie Meister Eckert. Das ist dieser Anfängergeist, bei dem im Senso viel gesagt wird. Und zu dem darf ich Sie ein. Das ist auch diese Armut im Geister wirklich zu entstatten und mal alles, was wir so mit uns tragen, und wir haben alle nicht nur so kleine Köpfe, sondern riesige Köpfe, vermute ich mal hier an Wissen und Vorwissen, abzuleben, loszulassen und zu hören, das hätten Sie wohl an. Ich bin der Erste, der Ihnen jetzt was von Meister Eckert und seiner Niederung ist. Nun kommen wir zum Thema. Ich bekomme noch ein Zeichen, wenn ich will, umgezuladen. Die Lehre Meister Eckerts zu referieren, das ist eigentlich eine Aufgabe, die mich fast überfordert. Denn wenn Sie nachschauen in der Literatur, zu Meister Eckert gibt es sehr, sehr viele, sehr kompetente und vor allem sehr, sehr dicke und klug geschriebene Bücher. Und ich kann Ihnen wirklich ehrlich gestehen, ich habe sie auf keinen Fall alle gelesen, in diesem gespeicherten Verstand. Wir können uns also auf das konzentrieren, und ich werde mich auf das konzentrieren, was für uns für heute oder für dieses Wochenende von mir gelangt ist. Das, was wir wirklich persönlich aus dieser Lehre ziehen, unter den Aspekten der Lehre, mit denen wir arbeiten oder praktizieren können. Also ich versuche eine Essenz zu schaffen, und die ist in jedem Fall immer noch nicht vollständig. Aber ich glaube doch, dass der Kern der Botschaft, wenn Sie sich vielleicht mal so eine Nonne, die jetzt plötzlich oder manche, plötzlich so Meistern auf der Kanzel hat, vorstellen, imaginieren, und jetzt eine Botschaft bekommen, die Sie persönlich betreffen können. Ich habe mir also Gedanken gemacht, Forschung, überlegt, worum ging es Meister Eckert in seiner Lehre? Und das Erste, das Wichtige, um ihn überhaupt richtig zu verstehen, das ist das Erkennen. Meister Eckert wird auch in der Literatur, in der Wissenschaft, zu den Erkenntnisphilosophen oder Erkenntnismystikern, und in den Einheitsmystikern gezählt. Das ist ein Unterschied zu anderen Mystikern. Wenn wir Threser von Abedanin und Helder von Wingen, die vor dem Meister Eckert gelebt haben, das waren, wir nennen uns Verbindungen, wir haben so eine Verbindung zu Gott gesucht, durch ekstatisches und, man könnte sagen, visionäres Befinden, ekstatische Erlebnisse, Visionen, die im Helder von Wingen, man hat sich so mit dem Willen, mit dem Willen Gottes verbunden. Alles das gibt es bei Meister Eckert nicht. Keine Wundergeschichte, Meister Eckert hat nie in Ekstase besprochen, er war zwar beglückt von diesem Zustand der Erkenntnis, das durchaus, aber nicht in einem sehr besonderen ekstatischen Sinne, dass er irgendwo da durch den Kirchenraum geschwebt wird, oder Lichter erschienen, nichts von dem ist da. Es war reines Erkenntnis. Und es gibt, wir hatten das ja in der Gruppe gelesen, eine Stelle beim Meister Eckert, wo er von der zweierlei Gewissheit des ewigen Lebens spricht, man könnte auch sagen, dass Erkennung, Gewissheit des ewigen Lebens, und dann schreibt er ausdrücklich, dass es Menschen gibt, denen Gott selber etwas sagt, oder denen durch Engel etwas geschieht, oder die Stimmen hören. Und das ist gut, und das geschieht einigen wenigen, aber er geht darüber hinaus. Er hat noch etwas, das alle erreichen können, und das weiter und umfassender ist als das. Das muss man sich erst mal vergegenwärtigen. Da kommt einer und sagt, die ja geprägt sind von dieser Idee, ich will mich mit Gott vereinen, ich habe ihn geheiratet, mit den Eherinnen, mit den Geliebten, dem wir zustreben. Und dann sagt er, das alles hat nicht so Wert, wie die Erkenntnis der Leerheit, oder der Gottheit, oder was dann immer noch zu kommen. Das ist schon eine Reproduktion, ich habe es ja auch gestern bei Herrn Hubsch gehört, wie radikal er gedacht hat. Und hier auch, er sagt, das alles, wonach ihr eigentlich in eurem klösterlichen Alltag strebt, das ist nicht so von Wert, wie die Erkenntnis. Erkenntnis. Und das verwendet ihn so, und ich gestern gehört, ja, in Japan sind alle seine Schrift ins Japanisch übersetzt worden, das habe ich auch erst von mir jetzt gestern gehört, mit dem Buddhismus. Weil Buddhismus wird als eine Erkenntnisreligion, nicht als eine Glaubensreligion verstanden. Meister Eckert war jemand, der gesagt hat, erkenne, erkenne, du brauchst nicht glauben, und er muss noch nicht auf die Visionen warten. Das ist eigentlich auch ein bisschen ernüchternd, wenn da jemand kommt und sagt, diese Vision ist gar nicht so wichtig. Wie viele warten da drauf? Wir gehen in den Tempel und sitzen und hoffen, vielleicht kommt auch meine Stimme, vielleicht erleben wir mal eine gesamte Energie. Und dann kommt einer und sagt, ja, gut, einige ergeben es auch, aber wir gehen darüber hinaus. Das ist Meister Eckert. Wenn man revolutionär vom Grundsatz her steht, das Erkennen, das ist ihm überwichtig. Nun, fangen wir an, was ihr zu dem Erkennen zählt. Und von Meister Eckert war ja jemand ganz wichtig, ein Saulus, der zum Paulus wurde. Bekannt. Interessant ist, Saulus stürzt vom Pferd als Verfolgung der Christen und er blindet und hört die Stimme Gottes, Jesus, die da sagt, warum verfolgst du mich, warum verfolgst du mein Gott? Das Besondere ist doch wohl, dass er stürzt und diese Stimme hört. Und Christlich. Meister Eckert konzentriert sich darauf, dass er sagt, und er sieht nichts. Er substantiviert es und sagt, er sieht das Nichts. Das ist die Erkenntnis des Saulus, der damit zum Paulus war. Dass er die Stimme Gottes wird, ist dem Ganzen wichtig. Wichtig ist, der Saulus fällt vom Pferd und dramatisch, wir haben uns gestern in der Gruppe, ein dramatisches Ereignis, führen dramatische Ereignisse zur Erwachungserfahrung, offensichtlich bei Saulus ja, denn, nach Meister Eckert sieht er das Nichts, kommt in die totale Wehrheit des Geistes. Gehen er blindet, sitzt er da, und das ist für Meister Eckert die Erkenntnisstufe, aus der heraus er ein völlig anderer Mensch wird, der Paulus, der jetzt Christ wird und sich jetzt ums Christen zu kümmern. Wichtig ist auch, dass diese Art der Erkenntnis des Nichts, nicht, das gestern in der Gruppe, zum Dumpfen oder Fatalen, da sitzen wird. Saulus wird nicht in Frunten, sondern im Gegenteil, das hängt erst richtig an, es höchst aktiv, schafft eigentlich das Christentum, kann sagen, oh, der Paulus ist eine Christenheit, aber aus der Erkenntnis des Nichts, also nach Meister Eckert, nach der Interpretation von Meister Eckert, historisch gesehen ist das wahrscheinlich fragwürdig, weil Saulus das, der spätere Paulus, das du gleich gesagt hast, wie es Meister Eckert interpretiert hat. Aber das Erkennen ist also das Erkennen des Nichts, der Lehre. Wieder eine große Verbindung zum Buddhismus. Da muss man uns fragen, was ist denn dieses Nichts, was er da erkennt? Und das ist natürlich auch die großen Fragen. Man geht darauf ein. Und ich versuche hier, Ihnen heute, einen Weg, aus buddhistischer Praxis vielleicht, einen Weg aufzuzeigen, der uns eine Idee von diesem Nichts geben könnte. ein Gefühl und vielleicht auch eine Orientierung zu diesem Nichts. Weil interessanterweise wird ja dieses Nichts als der wahre Zustand wahrgenommen und beschrieben, während das Etwas, das, was wir so allgemein als Welt sehen, als Täuschung wahrgenommen wird. Und das beschreibt er auch. Er sieht es als das Bildhafte, das Vermitteln. Und das nennt sich er als Nämlich. Alle Bilder müssen gehen, man muss geläutert sein ein lauteres Sein. Und dann denken wir, Gott, Gott, das klingt ja schon alles ein bisschen anstrengend. Auch kompliziert, ein lauteres Sein. Aber wir haben ja zum Glück, der Notation ist, die nicht für uns der Hilfe gehalten, so laut, so ein Sein zu geben. Der Erkenntnisweg bedeutet, dass wir unseren Geist erforschen und hinterfahren. können wir uns schauen, wie funktioniert dieser Geist, der uns so viele Bilder liefert, der uns ständig etwas vermittelt, offensichtlich nur ein Abbild der Realität schafft. Und das ist wieder etwas ganz Profales, etwas ganz Weltliches. Sie können das in jedem Augenblick sehen. Jetzt, in diesem Moment. Sie können sehen, wie Worte in Ihnen wirken, wie Worte in Ihnen Bilder und Assoziationen auslösen. Sie können sehen, wie Sie die Dinge hier wahrnehmen. Sie können sehen, wie Sie nicht wahrnehmen, wie Sie mich einschätzen. Alles das ist bereits in Ihrem Kopf. Mich gibt es, ich weiß nicht, wie viele wir sind, 80, 100 Leute, 100 Mal. Den einen, den Waren, den erkennt hier keiner, aber nicht mal ich. Logischerweise. Jeder von Ihnen hat eine Vorstellung, eine Interpretation, eine Einschätzung von mir. Und die ist unterschiedlich. Wenn Sie jetzt in der Gruppe sind und sagen, okay, was wir noch mal reden, wie war denn diese Reihenheit? Dann kommen ganz verschiedene Einschätzung. Wirklicherweise, es war brillant und wunderbar, es hat mich tief bewegt, bis ich weiß nicht, ich konnte nicht so viel mit einschätzen. Wer ist der Wahre? Wer ist der Unvermittelte? Der Direkte? Und das ist das, wenn man jenseits dieser Interpretation, der Gedanken nicht denkt. Komischerweise bei beiden, bei Meister Eckart und bei Dogen, ein Meister, der zur gleichen Zeit in Japan legte, identisch in Sprache, aber auch beide genutzten, solche Begriffe wie Nicht-Gott, das brauchte Dogen nicht, weil es bei Buddhismus ja Gott so nicht gibt, aber das Nicht-Denken, denkt aus dem tiefsten Nicht-Denken daraus, das Dogen. Das ist natürlich wieder so ein Satz, das erläutert werden müsste. Aber bei Meister Eckart ist es das Gleiche, zu sagen, wir müssen hinter dieses Denken, hinter dieses Aufbauen eines Bildes kommen, eure Interpretation, dann kommt ihr zu der direkten, unvermittelten, absoluten Wahrheit. Und die ist leer von diesen ganzen Konnotationen, von diesen ganzen Interpretationen und Verständnissen. Verständnissen. Der ist etwas, was sozusagen hinter den Bildern ist. Und was sich unterschließen kann, wenn wir, und das ist dann der Weg der Meditation, wenn wir den Geist zur Ruhe bringen können. Deswegen machen wir jetzt hier Kontemplationen. Wir machen Kontemplationen, wenn wir diesen Geschwätzigen, was der Eckart sagt, der Klassene, das Bild hat es exakt drauf. Lass das wie ein Kläffe sein. Dreh und dreh und dreh. Und wenn wir dann in diesem Zustand sind, und jemand sagt, was siehst du da, dann können wir nichts sagen, dann sagen wir nichts. Das wäre aber langweilig. In der Mie aller Seil, der Christ und erster Sendenmeister, erzählt er dann seinen und Ordens, also Mönch, seinen christlichen Ordensbrüder, und zeigt, wie man meditiert hat, und sagt ihm, ja, aber da geschieht ja nichts. Und dann sagt er, darum geht's. Damals war mir die Zeit schon auch nicht so ein Problem, nicht so, Gott sei Dank, bekannt und geschätzt. Es geht darum, dass wir den Geschwätzigen, sich ständig, aktiv einschaltenden Geist zur Ruhe bringen, stoppen. In Japan ist das Schriftzeichen für Meditation stoppen, nicht Kontemplation, nicht Meditation, ein schlichtes Zeichen für stoppen, das ist auch in den Straßenschildern, im Straßenverkehr, ist das gleiche Schild, stoppen. Wenn er in einem Kloster guckst den Tagesablauf, dann steht er da nicht Meditation, aber stoppen. Rein in den in Japan oder hier ins Dojo und dann wird gestoppt. Und wenn wir stoppen, ich komme gerade auf meinen Stoppen hier, dann entsteht etwas, was wir mit dem schlichten Wort Leerheit bezeichnen können. Der Kopf wird leer, aber eben auch leer werden all die Worte, Gedanken und Begriffe und wir kommen zu einer Wahrheit und der Gitarren. Und jetzt nochmal so zurückgeführt von dort auf, dann erkennen wir, dass das, was wir hier machen, eine mentale, geistige Produktion ist. Jeder auf seine Weise. Und dass es nicht die absolute Wahl ist, sondern eine rein individuelle, zufällige Wahl in unseres Geistes. Und die ist nicht falsch, die ist auch nicht richtig, sondern sie ist einfach ein Kommentar für die Realität. Willst du aber die Realität berühren, die absolute Wahl, dann musst du dahinterstecken. Das heißt, es ist keine Dualität von richtig und falsch. Leerheit ist nur der Hintergrund, auf dem das Leben spielt. Aber wir brauchen das Leben, kommen wir auch zu den Plassen und Loslassen, gar nicht greifen wollen, weil es nur ein Spiel ist, eine Täuschung, eine individuelle Kreation, die nicht die Realität hinkriegt. Und wie bescheiden, wie bescheiden unsere Wahrnehmungsebene ist, das könnte ja auch sogar eine Stille noch wahrnehmen. Wenn wir uns jetzt hier wahrnehmen, dann würden wir gerade zum Ruhigen, besitzen, besitzen, es ist eine Stille da, eine Konzentration. Wenn Sie aber mal etwas universeller, kosmischer schauen, dann drehen wir uns in diesem Moment, jetzt in diesem Moment, mit gigantischer Geschwindigkeit auf dem Erdbein. Die Erde dreht sich in so gigantischer, noch größer Geschwindigkeit um die Sonne. Gestern wurde gesungen, die Sonne geht ihren Kreisen zur offenen Enttäuschung. Wir ziehen die Kreise und die Sonne steht. Aber auch die Sonne kreist, und kreist nämlich mit der ganzen Galaxie, nochmal eine gigantische Geschwindigkeit. Keine Kirmes schafft so ein bewegtes Modell, bis wir es hier gerade auf der Erde haben. Und diese Galaxie an sich dreht sich um sich selber und bewegt sich nochmal in einer sehr, sehr großen Geschwindigkeit auf die nächsten Galaxien zu und in mehreren Milliarden Jahren wird es kollegieren. Das heißt, wir sitzen hier gar nicht still. Wir sitzen in einer totalen Bewegung, die wir nur in Spanien. Die Realität dieses Augenblicks ist, wir sind rasend schnell unterwegs. Das ist die Realität dieses Augenblicks. Aber das plänen wir aus, das macht gut so. Speed. Speed. Geil. In der Anbetracht der Zeit möchte ich zum Loslassen kommen. Das war ein sehr großes Thema und überhaupt das Thema schlechthin und in unserer Zeit in allen religiösen Kreisen und spürteligen Kreisen das Thema. Meister Eckert hat das in einer äußerst hervorgerogenen Stellung immer wieder erwähnt, als das Loslassen. Und das auch richtig zu verstehen. Solange beim Loslassen noch jemand ist, der loslässt, solange handelt es sich nicht um das Loslassen verheißt der Eckert. Das tun die mit dem Willen. Solange jemand glaubt, dass er seinen Willen noch aufzugeben hat, solange gibt er ihn nicht auf. Solange jemand da ist, der loslässt, ist es nicht das Loslassen. In seinen Händen wird das noch einfach rausgedrückt. Lass alles los, auch das Loslassen. Was ist damit gemein? Wir sind vom Erkennen, vom Erkennen aus loszulassen, bedeutet eigentlich nur, zu erkennen, dass wir nichts halten können. Das ist die Wahl. Wir haben jetzt gerade die Geschwindigkeit beschrieben, wir könnten auch die Vergänglichkeit des Augenblickes beschreiben. Von diesem jetzigen Augenblick. Wir sitzen alle hier und wir haben das Gefühl, ich bin hier und ich bin heute Morgen aufgestanden und ich war gestern Abend hier und es ist alles so identisch, das bin ich. Aber in dieser Zeit haben Sie schon eine Wandlung und auch eine Lebenszeit verzogen. Die Vergangenheit, die nicht mehr zu verzogen ist und mit jedem Atemzug geht Ihre Lebenszeit weiter. Das heißt, wenn Sie sitzen und in der Stille sich vergeben, die Vergangenheit fließt, die Leben weiter und unterbrochen steht. Sie werden von Sekunde zu Sekunde älter. Das ist zu vergeben, die Vergangenheit. Neben dem Wandel ist dann noch ein anderer Aspekt zum Buddhismus, dass Sie sich auch noch jede Sekunde verwandeln. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, als der Vortrag anfing und wie es Ihnen jetzt geht. Ich hoffe, es gab eine positive Verwandlung. Aber Sie verwandeln, geistig und auch körperlich. Und dann kommen Sie durch und dann kommen Sie runter. Alles das geschieht ganz automatisch. Das Leben fließt, wenn Sie sitzen und glauben zu stehen. Das sind die Täuschungen. Und wenn wir erkennen, dass das Ding zu fließt, dann wissen wir, dass wir nichts loslassen brauchen, weil wir schon gar nichts halten können. Das ist das Los, was wir von Meistern kamen. Es ist diese Täuschung, dass irgendwas festzuhalten ist. Ich sehe das Bild noch mal, was ich gestern in der Brücke hatte, von dem Karussell. Ich finde es wunderbar, als man hätte es. Die Kinder, auch so die Kleinkinder, Sie kennen das, die so Feuerwehrautos, Motorräder, Pferde, und was es da alles ist. Wenn dann so ein Kleinkind auf so einem Auto oder so einem Pferd sitzt, dann lässt das nicht los. Das hält fest, nicht nur um sich selber zu schützen, sondern weil es glaubt, es muss irgendwie mitführen, während sich das Karussell in aller Ruhe dreht. Und zwar in seinem Geschenk. Und wenn Sie in diese Gesichter von den Kindern gucken, welche Anstrengung, welche Bemühungen da ist, dann können Sie das übertragen und sehen, was machen wir uns für Bemühungen in unserem Leben festhalten zu wollen, organisieren zu wollen, bestimmen zu wollen, was wir gar nicht bestimmen können. Das ist das Lassen. Und es ist interessant, es gibt im Buddhismus ein sogenanntes Sutra, ein Lehrbild, das Anapanasati Sutra, das Achtsamkeitssutra auf den Atem. Es hat 16 Punkte. Körper, Gefühle, Geist sind die ersten drei, vierer Gruppen. Und dann kommen noch vier. Und das sind dann, sozusagen schon Erkenntnisstufen. Und die vorletzte ist Nirvana, das Erlöschen zu beobachten. Das Stillen zu beobachten. Wo ja alle sagen, das ist das fünste Ziel im Buddhismus. Nirvana, das 15. Dann kommt noch eine Stufe. Loslassen. Das ist die 16. Stufe, in Anapanasati Sutra. Lassen. Und zwar genau in diesem Sinne. Genau in diesem Sinne, dass du nicht loslassen musst, weil du sowieso nicht halten kannst. Und vielleicht als Abschluss, dann die Zeit, kurz für so ein Thema. Es gibt ein Bild, eine Sendgeschichte, da ist jemand, der trägt einen Schwerbruch und geht in der Sommerhitze des Weges. Dann kommt eine Kutsche zum Beispiel. Und der Kutscher sagt immer, darf ich dich ein Stück mitnehmen, du trägst so an deinen Rucksack. Und dann sagt er, gerne, ich steige gerne ein. Und der Wanderer geht mit seinem Rucksack, hinten in die Kutsche, die offen ist, der Kutscher fährt weiter. Und nach einer Zeit dreht er sich um und dann sagt er, hör mal, du trägst ja immer noch deinen Rucksack. Und dann sagt er, ja, der ist zu schwer für die Kutsches. Und so ist das mit uns auch. Wir tragen, wir tragen das, wir tragen unser Leben auf den Schultern, weil es zu schwer ist für das Leben. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.